Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Das hat die Tür gelegt. Mhmm. Das ist gerade schwierig. Sehr schön. Sehr schön. Und mein Dekor. Das kommt von der Trüte an. Mhmm. Oh meinst du? Mhmm. Stankverfülles. Nein. Nein, für alles. Was ist das denn zu diesem? Hast du schon mal die Zwecke? Herr Kölnl zum Zwischen? Ja. Das ist noch nicht. Das ist noch nicht. Das ist schon mal die Zeugel. Das ist noch nicht. Ich hab schon mal die Zeugel. Aber auch die Zeugel. Ja, aber auch die Zeugel. Noch was. Hey, hey, hey. Sorry. Endfest. Endfest. So ist das... Ich bin nicht mehr mehr gestern. Wenn er auf Friedhof gedreht wird, ist ich den Kader? Ich kann dann einfach die Kader wieder da werfen. Einfach anders und schön machen. Warum? Sie können alles operieren. Vielen Dank. 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 Okay. Vielen Dank. Ja. 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 Ihr müsst jetzt zwei Handkarten und ein Stick, oder wie war das? Ja genau, das ist so unser Stick. Das ist ziemlich kurz. Ja genau, das ist so schön. 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 Perfekt. Das ist so schön. Ich bin schon bereit. Ich bin schon bereit. Vielen Dank. 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 2,5. 1,5. 1,5. 1,5. 1,5. 1,5. 1,5. 2,5. 2,5.